Geek Talk, der europäische Tech-Podcast. Einen schönen guten Morgen. Hier ist der Achim und das ist der Geek Talk Daily für Donnerstag, den 6. Februar. Heute haben wir dabei Total, Spotify, Instagram, Apple und SpaceX. Beginnen tun wir mit dem Tankstellenbetreiber Total. Der hat sich nämlich jetzt auch der E-Mobilität verschrieben und plant bis Ende 2022 in Westeuropa an 300 Standorten. 100, nicht 100, 1000 sogar Ladepunkte mit den sogenannten Ultraschnellladesäulen zu installieren. Das sind Ladesäulen mit einer Leistungsfähigkeit von bis zu 175 kW und für Deutschland bedeutet das dann 70 Standorte mit rund 200 von diesen Ladesäulen. Die ersten sind auch schon installiert und zwar an den Autohöfen Basinghausen, Weißenfels, Osterfeld und Ahlsfeld sowie in Kirchheim Tech. Kenne ich alles nicht. Und die werden jetzt im Frühjahr 2020, also jetzt demnächst in Betrieb genommen. Nächstes Thema Spotify. Wir hatten ja gestern schon diverse Zahlen und auch bei Spotify sind aus den Quartalszahlen wieder Nutzerzahlen rausgekommen. Und im Jahresvergleich konnte Spotify die Nutzeranzahl um 31% steigern, denn jetzt sind aktuell 271 Millionen monatlich aktive Hörer am Start. Im Vorjahr waren das noch 207 Millionen. Also wenn man das jetzt auch mit dem letzten Quartal vergleicht, sind es auch noch immer plus 9%. Also Spotify wächst, aber fair enough, es gibt natürlich auch einen kostenfreien Dienst, der entsprechend auch die Nutzer zieht. Die sind da auch da drin. Wenn man sich jetzt die Bezahlkunden anschaut, die ein Premium-Abo haben, dann sind das aktuell bei Spotify 124 Millionen Menschen. Und auch das ist ein stolzes Plus von 29% gegenüber dem Vorjahr und gegenüber dem Vorquartal sind es 10%. Also die zahlenden Nutzer sind sogar noch besser gestiegen als die nicht zahlenden. Gute Zahlen, freut mich, bin ja auch sehr zufriedener Spotify-Kunde. Und was ich auch, ja, regelmäßig nutze und weitaus öfter als Spotify, und Spotify nutze ich viel, das ist Instagram. Und da gibt es auch mal wieder eine Neuigkeit, man kann jetzt in Instagram-Stories mit GIFs reagieren. Sprich, man sieht eine Story, möchte irgendwas drauf schreiben, kann man immer noch, aber jetzt gibt es auch einen entsprechenden Button, und wenn man anfängt zu tippen, wenn man beispielsweise OMG, also Oh My God, tippt, dann taucht links der GIF-Button auf. Und wenn man darauf tippt, werden einem die entsprechenden GIFs als Antwortmöglichkeit vorgeschlagen. Also wenn ihr da Spaß dran habt, nutzt es mal. Ihr könnt ja mal auf eine von meinen Storys reagieren. Ich werde es auf jeden Fall nutzen. Ganz überraschend hat Apple jetzt bekannt gegeben, dass sie Cross-Plattform-Apps, beziehungsweise Angebote, in den App-Stores ermöglichen. Und ja, was bedeutet das, Cross-Plattform? Es geht immer noch nicht um Windows, es geht logischerweise um die ganzen Apple-Plattformen, macOS, dann iOS für das iPhone, für den iPad, für das Apple-TV. Und da können jetzt Entwickler entsprechend die ganzen Apps Cross-Plattformen wandeln. Sprich, ein Entwickler, der für iOS und für macOS eine App anbietet, kann die in ein Paket verpacken und dem Nutzer verkaufen. Und in jeder anderen erdenklichen Konstellation der eben genannten Apple-Plattformen. Das finde ich eine gute Sache, wird bestimmt ein paar schöne Angebote geben, das macht auch Sinn. Und gleichzeitig wollen sie auch den iOS App Store und den Mac App Store ein bisschen angleichen, damit dort entsprechend die gleichen Bereiche auch ähnlich heißen oder genauso heißen und sich Nutzer besser zurechtfinden. Gute Sache für alle Apple-Nutzer. Und letztes Thema für heute ist SpaceX, die Weltraumfirma von Elon Musk. Die hat jetzt im Angebot Raketenstarts ab einer Million US-Dollar. Wenn man also was in die Atmosphäre schicken möchte oder muss, dann kann man das jetzt online bei SpaceX buchen und sich Huckepack auf so eine Rakete draufsetzen. Denn wenn man alleine eine Rakete startet, um was in den Orbit zu schießen, dann kann das mal locker 60 Millionen kosten. Und da ist eine Million ja schon fast ein Schnäppchen. Und mit einer Million kann man irgendwas, was bis zu 200 Kilogramm wiegt, wie gesagt, ins All schießen. Und danach gibt es halt Preis mit, ich muss halt lachen, weil, dass man das Ganze online buchen kann, ist schon irre. Also danach, ab den 200 Kilogramm, muss man 5 Dollar pro Kilogramm zu den Kosten hinzuaddieren. Jetzt könnt ihr euch ausrechnen, was auch immer jeder hochschicken wollt, was es entsprechend kostet. Ja, dann haben wir auch auf jeden Fall diese Woche auch noch eine Elon Musk News in der Daily gehabt. Vielleicht, aber morgen am Freitag auch nochmal eine, ich weiß es nicht. Ich wünsche euch auf jeden Fall einen tollen Donnerstag, bleibt positiv. Und wir hören uns morgen zum Ende der Woche nochmal. Ciao, ciao. Hört mehr Geek Talk. Hört mehr Geek Talk.